Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir da was Gutes finden. Komm, nö. Was ist denn jetzt verkehrt mit euch? Geht mal weg, Mann, ihr näher. Oh! Wer ist er denn? Shit, muss auftauchen. Den könnten wir natürlich auch versuchen, ihn zu killen. Da hinten ist er, dieses riesige Ding. Da ist ein Mosasaurus. Noch einmal ganz kurz hier den Boss wegklatschen, den Alpha. Was passiert? Drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da, drauf da. Einfach raufhauen. Oh mein Gott. Greift jetzt der andere Dude an? Guck mal, da ist noch so ein Wal. Hör auf damit. Wir greifen den jetzt an. Ist so, wir greifen den an. Haben wir Schaden gemacht? Haben wir Schaden gemacht? Ist der hinter uns her? Nein. Was passiert? Was willst du? Was willst du? Oh, das ist dieses Riesenvieh. Da ist es. Können wir das gar nicht töten? Doch. Ein Alpha ist das sogar. Macht er uns keinen Schaden gerade? Wir machen ihm Schaden, glaube ich. Wir machen ihm Schaden. Ja. Ja. Jetzt. Komm schon. Komm schon. Wir töten ihn. 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 Wir sind benommen. Warum sind wir benommen? Er ist fast tot. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Komm schon. Nicht versagen jetzt. Eeeh. Das ist Tinte. Das ist Tinte. Ich sehe nichts mehr. Haben wir ihn? Er ist tot, Leute. Er ist tot. Er ist tot. tot. Ja. Bitch. Oh mein Gott. Wir haben richtig geilen Shit bekommen gerade. Okay. Geil. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt? Da. Ich muss da hin. Okay. Ganz kurz. Was ist das? Tentakel. Diese Trophäe beweist, dass du ein würdiger Tiefseerjäger bist. Ja. Finde ich gut. Gewicht. Leben. Nahkampf. Äh, ja. Ich nehme mal mir die Sachen hier mit. Ne, den nicht. Der kann draußen bleiben. Jetzt habe ich das weggeworfen. Ich wollte gar nicht so viel wegwerfen. Aber ich hätte sowieso gar nicht so viel transportieren können. Bin ich ehrlich. Ähm. Ich muss mal gerade ganz kurz meine ganzen Sachen bei ihm rüberladen. Die hole ich nachher. Ich brauche nämlich erst mal, äh, ich brauche nämlich erst mal, äh, so. Und jetzt muss ich diesen Mobs wie wiederfinden. Der hatte Level 33. Der hatte Level 33. Der war richtig krass. Sag mal, dass ich Glück habe. Ich habe Glück. Ich habe Glück. Ich habe Glück. Ich habe Glück. Du gehörst jetzt gleich zu meiner Familie. Was? Legere, seltene Blume. Willst du mich verarschen? Warte mal. Wenn ich dir die hier reingebe. Ah, 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 ah. Starte, starte, starte. Oh. Mein. Gott. Traptoren. Wenn ich dir die hier reingebe, sind die noch ein bisschen länger haltbar? Fünf Minuten, dann. Oh, scheiße. Oh, Mann. Eben wollte er noch dieses hohe Fischfilet. Jetzt habe ich es geholt und jetzt will er es nicht mehr. Jetzt wollte er eine Blume und eine seltene. Das ist doch Verarsche. Oh, Gott. Hä? WTF? Ich habe doch hier gerade irgendwas gehört. Da. Da war einer. Ach, hier kommt einer runter, oder was? Boah, jetzt kann ich gar nicht gucken, richtig. Ja, hier kommt anscheinend einer runter, aber der ist auch nur weiß. Also nichts Besonderes. Ach, Mann. Nö. Da landen. Nach Hoffnung, ich werde hier jetzt nicht gleich abgeholt. Am Himmel geholt. Einmal ganz kurz speichern. Ist ja jetzt richtig ärgerlich gewesen, wenn ich irgendwo hätte anders wieder starten müssen. Da ist jetzt ein grüner. Könnte ein Glück haben. Ist da eine seltene Blume oder so drin ist. Guck mal, der kommt auch gerade runter. Dann warten wir jetzt einfach ein bisschen. Weil ich glaube, wir werden hier keinen Biberdamm finden in dieser Bucht. Ich habe halt vorhin schon geguckt. Aber hier ist keiner. Hier sind keine Biber. In der Anfangsregion sind nie Biber. Also da, wo es leicht ist, ne? In der Anfangsregion. Da sind nie Biber. Oh, wie geil das aussieht. Guck dir das mal an. Oh, was ist das? Terrorbird-Sattel. Und was ist das? Mammut-Sattel. Blau. Ja, ich glaube, mein Vogel ist jetzt gleich überladen. Oh mein Gott. Was willst du? Da ist doch ein Baby, Moshops. Kann ich den zähmen? Ich brauche... Ist mir egal. Ich brauche einfach nur einen. Eine Tinto-Beere. Mal ganz kurz. Müssen wir ganz kurz gucken, ob ich eine finde. Ja. Geil. Ist mir so egal, ob der hochlevelig ist oder nicht. Endlich. Er kommt. Wie cool. Äh. Wo sind meine Raptoren? Ich habe sie noch. Rachel. Schnappi. Mini-Rex. Und den anderen Raptor. Die sind alle da unten. Was machen die denn da? Lass mich raten, Barry ist auch da unten, oder? Das habe ich. Das. Das. So. Was packe ich noch da rein? Ich habe mir noch mal welche herstellen. Mein Gott. Äh. J. Bitte mal alle folgen. Danke. Dilo. Dilo. Was macht denn mein Dilo da unten? Ja. Ich lasse euch jetzt alle hier hinten stehen. Meine Güte. So. Sehr schön. Und ich kann mir jetzt die ganzen Sachen hier rausschnappen. Perfekt. Jetzt brauchen wir tatsächlich wirklich nur noch, äh, wir haben 3.700 Leder. Wir sind richtig gut dabei. Jetzt brauche ich wirklich, wirklich nur noch die Barren. Ich kann mich nicht bewegen, scheiße. Wartet mal gerade. Den kann ich ja auch endlich mal benutzen. Ich lagere hier verderbliche Waren ein. Einmal das und das. So. Zündpulver. Zusammen mit Zündpulver. Um sie zu konservieren, benutze Zündpulver und Öl. Gegrilltes Fleisch und Räucherfleisch zu erhalten. Zündpulver, Öl. Auf jeden Fall alles, was ich hier so drin habe. Oh, ein paar Löchern. Richtig kurisch. Ja, ich finde alles, was ich brauche. Ich bin zufrieden. Ich werde mal gerade versuchen, ähm, das andere Fleisch. Oh, da ist noch was drin. Das andere Fleisch, dieses, ähm, ihr wisst schon, was ich meine. Was der Hai drin hat, das Gute. Das werde ich gleich versuchen, instant, äh, zu grillen. Äh, was brauche ich denn nochmal für so ein Lagerfeuer? Holzstroh, Feuerstein und Stein. Ich glaube, ich brauche auch gar nicht so viel Feuerstein. Ich stelle mal zwei von den Dingern her. So, dann kann ich gleich die aufstellen, draußen. Wo ist am besten? Ja, ist die Frage. Oder einfach nochmal hier vor. Oder hier. Ich muss auf jeden Fall jetzt die platzieren, damit ich, ähm, mir gleich nochmal was zu essen machen kann. Ah! Da ist ein Raptor. Komm mal ganz kurz hier. Warte mal. Raptor Level 8. Übernehmen. 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 Habe ich ihn freigelassen? Übernehmen. Wieso habe ich den freigelassen? Der gehört doch zu mir. Hä? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte den gar nicht freilassen. Und ich Dusselchen habe mich schon gewundert. Okay, jetzt muss es, glaube ich, schnell gehen. Schnee, 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 schnee. So, hier. Entzünden. Und hier. Komm schon. Ja. Und das andere tue ich einfach nochmal bei ihm hier mit rein. Meine Hoffnung, das verfällt. Ja, gut, dann verfällt es halt. Ist halt so. Gut, Leute. Wir arbeiten daran, dass wir, äh, bald den Sattel herstellen können für meinen Biber. Ich bin super gespannt, äh, wie viel wir dann da rausbekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder, wenn wir in Outlast reingehen, oder? Bisschen Horror an Halloween. Ähm, ich denke mal, dass wir morgen wieder in Ark reingehen werden. Morgen ist wieder ganz normale Arbeit für mich. Deswegen, ähm, erst abends dann quasi. Aber, ja. Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir noch kommen werden. Sehr cool. Es macht mir alles so viel Spaß in Ark. Das, ähm, hätte ich gar nicht gedacht vorher. Aber, ja. Also, äh, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Für die, die es vielleicht im Nachhinein irgendwie gucken oder so und noch nicht folgen, lasst gern ein Follow da. Da verpasst ihr keine weiteren Streams von mir. Und, ähm, ja. Äh, schaut auch ganz gern bei mir auf YouTube vorbei. Lasst mir da sehr gern ein Abo da, um, äh, da auch keine weiteren Videos, Zusammenschnitte und so weiter und so fort zu verpassen. Ähm, da wird tatsächlich dann einfach die Ark-Reihe ein bisschen, ähm, gecuttet quasi, hochgeladen. Ähm, genau. Und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der live mit am Start ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in Ark. Also nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Also, nochmal. Dann bis nachher. Bye, bye. Brachiosaurus, Stegosaurus, Alon, Keratosaurus, T-Rex, Parasaurolophus und Diplodocus. Klein ist der Dilophosaurus, Dryodacentrosaurus, der Pachycephalosaurus und Kalimimus. In einem Land vor unserer Zeit, Ceradaki, Petri, Spike, es gibt kein lang als Littlefoot, Wein, Brontosaurus. Alle Menschen lieben Dinos. Bist du mal am Boden, denk an Sauropoden, denn alle Menschen lieben Dinos. Bist du mal am Boden, denk an, descriptions. Bist du mal am Boden, großen mal am Boden, denke dem, verd